JV Hanse Lübeck Seid ihr zufrieden oder sagt ihr, da hätte noch was fester gemacht werden können? Also meiner Meinung nach finde ich das eigentlich ganz gut organisiert hier. Und da hinten gibt es ja auch Getränke und was zu essen. Also ich finde das schon gut. Ja, cool. Und wie ist es bei euch? Wer bist du für ihr erstes Spiel gewesen bisher? Ich bin Miserin. Alle Spiele waren gut. Wir haben alle gewonnen. Wir haben nur ein Gegentor kassiert. Ich finde die Organisation sehr gut hier. Alles wurde hier gut geplant. Es macht sehr viel Spaß. Okay, cool. Und bei dir, wie siehst du das? Wer bist du? Ich bin Marcel und ich finde die Organisation ist auch sehr gut. Ja, lief alles ganz gut bis hier. Okay, super. Danke. Du bist wer? Benjamin Günis. Und mir hat das Turnier auch sehr Spaß gemacht. Und wir haben auch ein Gegentor kassiert. Gehört dazu, ne? Ja. Ja, genau. Okay, klasse. Du bist der Torwart. Du hast ein Tor kassiert. Hast du geweint deswegen? Nee. Aber gerade eine Zeitstrafe gekriegt, das war nicht ganz so toll. Wie bitte? Zeitstrafe? Ja. Wie das denn? Zu Unrecht. Ah ja, auf jeden Fall. Und bedeutet das, du darfst im nächsten Spiel dich mitspielen? Ja, ich darf von vornherein wieder mitspielen. Okay, das war in Ordnung. Klasse. Welchen Platz erwartet ihr bei dem Turnier heute hier einzusacken? Sieg! Ja, wir gehen immer auf Sieg natürlich. Aber heute, ja, just for fun sind wir heute hier. Aber läuft ganz gut für uns. Okay, klasse. Danke. So, aber bei dir, wie sieht es bei dir aus? Wer bist du? Ich bin Bermut Takel. Aha. Und ja, und bisher, bisher sieht es echt gut aus für uns. Also, von drei Spielen haben wir alle gewonnen. Cool. Und ja, ich freue mich, dass wir so gut zusammenspielen, weil wir sind eine zusammengewürfelte Mannschaft. Und ja, läuft ziemlich gut. Okay, war dann viel Erfolg. Alles Gute. Dankeschön. Danke. So, und bei dir bist du auch mit dabei? Du hast was gespielt? Welche Position? Äh, Ausverteidiger. Okay. Wer bist du? Bennet Walcher. Und das Turnier bisher gefällt dir oder nicht? Doch, bis jetzt alles gut. Ein paar individuelle Feder hätten nicht sein müssen, aber sonst. Aber insgesamt bist du zufrieden hier mit dem Turnier? Ja, insgesamt. Alles gewonnen. Cool. Klasse. Sehr gut. Glückwunsch. Weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Danke. Ein Jubelruf von euch noch. Habt ihr so einen Teamruf? Ja, Typ. Was sagt ihr? Nein, 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 nein. Nein? Nein, nein. Warte. Ja, Mann. Nein, Forsa JFV, Alter. Wir haben einen ganz speziellen Ruf. Ja? Ja, Ruf. Ja? Und der geht? Jungs. Was? JFV. Was? Ja, wir müssen andere sagen. Ja. Er sagt JFV. Nein, er ist JFV-Ruf. Unser alter Ruf war Eski Hanse. Wir sind JFV. Komm her. Also Ruf. JFV. Hanse. Nochmal. Sü. JFV. Hanse. Alles Gute. Viel Erfolg. Tschüss. Sü. мел iPad. Bis zum nächsten Mal. Jene gesehen. Sodero. Irmah. Ja. Hier sitzt договор piece. ationsj pain置ik. accountability. Verb tiene. Wir whisper. ducts faire Ruf. Wir sehen. Wir sehen. Vielen Dank.